Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Nachmittag mit der Geek Talk Daily 2014. Das ist eine Sonderfolge, heute Morgen kam ja schon eine reguläre Folge und das hat einen einfachen Grund. Huawei hat geladen zum Harmony Event. Kleiner Disclaimer muss ich da vorausschicken. Ich war mit anderen Bloggen und Journalisten vor ca. einer Woche schon in einem internen Briefing, welches unter NDA stand. Das heisst, ich durfte konsumieren, anhören und zuschauen, was es da Neues gibt. Und wir durften erst ab heute, 14 Uhr, darüber sprechen, schreiben oder eben nach aussen gehen mit den Informationen. Es kann sein, weil die Gerüchteküche munkelt, dass noch ein bisschen was mir gezeigt wird, als das, was uns gezeigt wurde. Deshalb kann es sein, dass das, was ich heute euch jetzt erzählen werde, nicht vollständig ist. Am besten geht ihr da auf den Pogipsi.ch Blog, Link im Podcast für euer Vertrauens auf daily.geektalk.ch oder halt in diesem Internet www.pogipsi.ch eingeben. Und schon habt ihr die ganzen Artikel dazu, was ich jetzt euch auch erzähle. Also gut, was hat uns Huawei gezeigt? Zum einen haben sie gezeigt, was sie machen, um eben gegen diesen Android- oder USB-Bahn vorzugehen. Schon seit längerem arbeitet man am eigenen Betriebssystem, Harmony OS genannt. Und das kommt jetzt in der Version 2.0 und somit auch jetzt die ersten produktiven Geräte damit. Zum einen hat Huawei die Huawei Watch 3 gezeigt. Das ist eine neue, runde, schicke Uhr, die eine 3D-Rotation-Crone ihr eigen nennt. Das heisst, bedient wird nicht nur über Touch, wie bei den Vorgängermodellen und den beiden Knöpfen seitlich, sondern mit einer drehbaren Krone oben und einem Knopf unten. Neu hat man auch mit dabei die Möglichkeit, das Ganze stand-alone zu nutzen. Das heisst, es ist eine E-SIM verbaut, womit man das Smartphone zu Hause lassen kann. Sei es am Morgen beim Joggen, am Abend im Fitnesscenter oder auch nur mal beim gemütlichen Spazieren am See oder wo auch immer Fluss etc. Auch setzt man weiterhin den Fokus auf den Bereich Health, wie so jeder andere Anbieter von Smartwatches und Wearables. Die Watch 3 ist die erste mit einem integrierten Temperaturmesssensor, welche tagtäglich, Tag und Nacht, stündlich eure Temperatur misst. Das ist natürlich nicht nur in Pandemiezeiten eine geschickte Geschichte. Wer Huawei-Uhren kannte bis jetzt, der weiss, dass die immer so bis 10, 14 Tage lang gehalten haben. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert hat, wie lange das die hält. Liegt aber unter anderem natürlich auch an den eingeschränkten Möglichkeiten. Zum einen gab es keinen eigenen App-Store mit Möglichkeiten drauf, aber es gab auch sonst ein paar Einschränkungen wie Benachrichtigungen und nicht die Möglichkeit, darauf reagieren zu können. Neu kommt jetzt ein App-Store, also die App-Gallery mit rein und ich hoffe damit auch Kommunikations-Apps, wo man dann darauf reagieren kann. Und das, so wie eben die eSIM, schränkt natürlich die Möglichkeiten des integrierten Akkus ein bisschen ein, respektive verbraucht halt schneller und mehr Akku. Dieser hält neu, in Anführungsschlusszeichen, nur noch bis zu drei Tagen im Standalone-Betrieb. Wie gesagt, nur noch. Alles andere und weitere Details natürlich auf daily.geektalk.ch Oder eben, ja, im Podcatcher eures Vertrauens. Aber ja, gehen wir weiter. Die Uhr gibt es in verschiedenen Versionen, eine Active, eine Classic, eine Elite und natürlich auch eine Pro-Version. Wie schon der Vorgänger, am besten geht ihr da mal auf den YouTube-Channel von mir, da seht ihr das, kommt die auch aus mit Saphir-Glas, Titanium-Ummantelung und einer Keramik-Rückseite aus. Ich bin sehr gespannt und jetzt nochmals einen kleinen Disclaimer. Ich werde am 2. Juni, 3. Juni die Möglichkeit haben, die neuen Geräte oder einen Teil davon zumindest direkt bei Huawei anschauen zu können. Und da werde ich euch dann natürlich noch ein paar Bilder, Instagram-Stories und vielleicht auch ein bisschen Bewegtbildmaterial nachliefern. Also, am besten die Kanäle verfolgen, steht alles in den Shownotes, respektive ist verlinkt da mit den zusätzlichen Informationen. Dann haben sie auch gezeigt, nachdem sie vor zwei Monaten die FreeBuds 4i vorgestellt haben, kommen jetzt die FreeBuds 4, sind in ihr Kopfhör mit ANC-Funktion niedriger Latenz, einfacher Bedienung und voller Akkuleistung. Was die sonst noch alles drauf haben, auch das am besten genauer nachlesen. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt darauf. Dann geht es weiter mit einem Produkt, dem neuen Tablet, das MatePad 11. Das ist ein Tablet mit 120-Hertz-Display, einer schönen Auflösung mit einem Pencil in der zweiten Version. Die Möglichkeit von Mirror Share, also das, was ich extrem gerne nutze, vom Smartphone auf das MateBook, also auf das UltraBook, wo ich das Smartphone dran halten kann und dann das Smartphone drauf sehe. Ich kann aber auch Mirror betreiben, das heisst den Computerbildschirm auf dem Tablet sharen, also eben erweitern oder sharen, auseinander dehnen und ein Second Screen quasi zu haben und noch viele andere Möglichkeiten sind darin möglich. Dann hat Huawei auch zwei neue Monitor-Modelle vorgestellt und auf die bin ich besonders gespannt. Denn der erste, das MateView, ist im 3 zu 2 Format. Wer meinen Blog fleissig liest und den YouTube-Channel verfolgt, der weiss, dass das ein Format ist, was ich extrem gerne mag. Im Gegensatz zum produktiven Arbeiten, muss ich dazu sagen, weil da habe ich mehr Platz nach oben. Es ist ein 5-Watt-Lautsprecher verbaut, also besser gesagt deren zwei, und die Möglichkeit, ihr könnt daran euer UltraBook anschliessen, egal ob MateBook oder andere Firmen, die dann automatisch mit 65 Watt Strom versorgt werden. Zusätzlich haben sie auch das MateView GT vorgestellt, was ein 34 Zoll gekurvter Gaming-Monitor ist. Auch das sehr gespannt. Auch hier natürlich nicht nur fürs Gaming, sondern auch für Video-Postproduktion etc. Und das war es, wie gesagt, die Produkte und die Kategorien, die wir vorab erfahren haben. Sollte noch etwas zusätzlich vorgestellt worden sein, lest ihr das spätestens in wenigen Minuten auf dem Pogipsi.ch-Blog und erfahrt das sicherlich morgen in der Geek Talk Daily oder in der nächsten Folge. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Folge wieder. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.